ARD Text im Auftrag von Funk Das war ja eine Challenge, wenn man eine Challenge macht, muss ja eine Strafe geben Aber es muss ja trotzdem eine Strafe geben, wenn man es nicht so ist Als Strafe haben wir uns überlegt, dass er dieses kleine Ding da macht Wenn ich jetzt da warten muss, dann kriege ich da echt nicht mehr Ja, das bockt doch nicht Natürlich bockt das Nein, lass doch jetzt hier nicht 5 Minuten warten, bis ich da reinpacken Doch, für dich nehmen wir die Zeit Nee, das ist wirklich unangenehm Also wirklich unangenehm Nein, für dich haben wir alles, was man braucht, war ein Gift Doch, Erwachsene fahren da auch mit Papas und so Er nimmt einfach ein Kind an die Hand und dann wird das schön Okay, nimm einfach Kissen Na den, nein Wunderbar Ich bin da Klausel Nee, ich schlechte Kissen Das war echt neben Fernsehen laufend Noch? Nee, du auch Ja Danke Ja 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 Du musst atmen Du musst atmen Du musst atmen Die extra Runde musste nochmal sein Ja 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 Was muss ich drücken? Oben den schwarzen Knopf ist dann quasi Und wer zu früh zurück kriegt auch ein Gewicht, also aufpassen Achtung, Reaktionsgeschwindigkeit Den muss man Achtung Oben ist genau so fässig Und dann oben auf den schwarzen Ja Hier siehst du dein Leuchten Jetzt ist rot leuchten Wann muss ich drücken? Wann muss ich drücken? Wenn's grün leuchtet Du hast es Von Ton Oh Ja Ja Das ist wirklich unangeregt Er hat mich so schnell gedrückt als Niemals Ich hab's auch direkt losgelassen Er hat gedrückt und sofort losgelassen Jetzt AAAAAAHHHHH Digga ist das unangenehm Ich bin wirklich unangenehm Ich bin wirklich unangenehm Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020